Die EU-Außenminister beraten heute über weitere Sanktionen gegen Russland. Unter anderem geht es um ein Einfuhrverbot für russisches Gold. Wenn keine Einwände erhoben werden, soll bereits am Mittwoch ein schriftliches Beschlussverfahren eingeleitet werden. Das neue Sanktionspaket könnte damit noch in dieser Woche in Kraft treten. Auch soll heute in Brüssel die Wirksamkeit der bisherigen Sanktionen überprüft werden. Die EU geh und entschlossen gegenüber Russland. Wie schnell die Gemeinschaft in den Wochen nach Kriegsbeginn mit Wirtschaftssanktionen reagiert hat, in Brüssel hat das für ziemliche Überraschung gesorgt. Und auch jetzt hat man hinter diesen Glasfassaden nochmal Ideen zum Nachlegen. Striktere Kontrollen und neue Importverbote. Seien Sie versichert, wie ernst wir es meinen. Wir wollen, dass die Sanktionen beißen. Sie sollen Russland die Möglichkeit nehmen, Krieg gegen die Ukraine zu führen. Für eine neue Sanktionsrunde soll nun das Goldgeschäft mit Russland gestoppt werden. Ein Schritt, der schon auf dem G7-Gipfel in Elmau verabredet wurde. Gold sei ein wichtiges Exportprodukt für Russland, sagt der Vizepräsident der EU-Kommission und fügt an. Derzeit konzentrieren wir uns auch darauf, alle Schleichwege für die dicht zu machen, die die Sanktionen umgehen. Keine Rede ist aber mehr von noch viel weiter gehenden Schritten, etwa einem Gasembargo. Ganz im Gegenteil. In Europa hofft man inständig, dass ab Donnerstag wieder russisches Gas durch die Nord Stream Pipeline fließt. Nur jetzt droht Russland indirekt mit Lieferstopp. Was den Betrieb der Gaspipeline in der Zukunft betrifft, so wird viel von unseren Partnern abhängen. Sowohl in Bezug auf die Nachfrage nach Gas, als auch in Bezug auf die Verhinderung negativer Auswirkungen unrechtmäßiger restriktiver Maßnahmen. Manch einer versteht das auch als Aufforderung heute an die Außenminister, nicht über neue Sanktionen nachzudenken, sondern über die Rücknahme der Bestehenden. Immer im Morgenmagazin hat meine Kollegin Anna Planken und seinen Korrespondenten in Brüssel Markus Preiß gefragt, ob es vorstellbar ist, dass die EU ihre scharfen Sanktionspolitik gegenüber Russland lockert. Also wenn man das so direkt fragt, ist die ganz direkte Antwort derzeit nein. Also ich kenne keine Delegation, keinen Minister, der sagt, darüber sollten wir jetzt hier diskutieren. Aber es gibt natürlich diese Forderung aus einigen Ländern. Auch in Deutschland haben wir das gestern zum Beispiel im Sommerinterview der ARD gehört von Seiten der AfD. Die sagen, die Sanktionen, die schaden dem Westen, die schaden der EU, man sollte die zurücknehmen. Aber auf Ebene der Minister ist das definitiv noch auf jeden Fall kein Thema. Zum einen, weil man sagt, man kann so einen Angriffskrieg nicht einfach mit ein paar Monaten Sanktionen belegen und dann wieder, weil es zu schmerzhaft wird, die zurücknehmen. Zum anderen, weil man auch gar nicht weiß, welche Folge hätte das eigentlich, würde dann zum Beispiel die Gaslieferung sichergestellt sein. Also da ist keine Basis dafür da, darüber wirklich ernsthaft jetzt zu diskutieren. Jetzt also heute die Stellschraube Gold, die angezogen werden könnte. Aber im Vergleich zu einem Gasembargo, das ja auch zwischendurch auf dem Tisch lag, ist das ja doch eine relativ kleine Stellschraube. Hat es sich aussanktioniert? Also was die ganz großen Schritte angeht, da wäre meine Einschätzung, ja, das hat es. Und das hat man auch bei dem sechsten Sanktionspaket, bei dem vergangenen schon gesehen. Da ging es ja um den Stopp der Ölimporte. Das ist ja nicht ganz so dramatisch gewesen wie der Gasmarkt. Aber selbst da hat es sehr, sehr lange gedauert. Ungarn hat eine Ausnahme bekommen, kann weiter dieses Öl importieren. Also man sieht, die EU-Staaten, die sind an dem Punkt, wo es ihnen wirklich wahrscheinlich mehr schmerzt, als es Russland wehtut. Und das sieht man jetzt auch bei den weiteren Verhandlungen. Die Diplomaten hier in Brüssel, die sagen auch, man sollte auch nicht so sehr von einem neuen Sanktionspaket bei diesem jetzt reden. Denn Gold ist im Prinzip eine symbolische Maßnahme. Das wurde bei den G7-Treffen im Elmauer schon verabredet. Das macht man jetzt quasi noch in den Gesetzestext. Aber das ist nichts, was Russland jetzt volkswirtschaftlich wirklich wehtut. Also man hat da das Ende der Fahnenstange bei den großen Blöcken wirklich erreicht. Gibt es denn irgendwelche Zahlen darüber, wie man die Wirtschaft in Russland trifft? Also ob das wirklich Auswirkungen hat? Welche Auswirkungen diese ganzen Sanktionen haben, die, von denen du ja völlig zu Recht sagst, Europa sehr schmerzen? Also natürlich gibt es ein paar Zahlen. Man hat gesehen, dass zum Beispiel zu Beginn des Krieges der Wert des Rubel radikal eingebrochen ist, aber er hat sich wieder erholt. Man hat gesehen, dass die Wirtschaftsleistung von Russland sehr stark zurückgegangen ist. Aber auch da sieht man, dass sich Russland da etwas wieder erholt. Die Inflation in Russland war nochmal deutlich stärker. Hier ist ja auch stark genug, aber nochmal deutlich stärker als in Europa. Also das sind schon Schritte gewesen und Zahlen, wo man sagt, da hat das Ganze eine Auswirkung. Aber die Hoffnung bei den Europäern ist vor allen Dingen die, dass die Sanktionen, die jetzt schon beschlossen sind, dass die noch richtig anfangen zu wirken. Viele davon sind zwar beschlossen, aber noch gar nicht in Kraft. Zum Beispiel Öl kann ja bis zum Jahresende noch einfach aus Russland eingeführt werden und das passiert auch noch. Also man hofft, dass wenn die Sanktionen quasi dann wirklich in Kraft sind, dass das dann nochmal stärkere Auswirkungen auf Russland hat und dann vielleicht auch irgendwelche Auswirkungen auf dessen Politik. Zum Beispiel